Das sportliche Schlusswort bleibt dem Trainer der Heimmannschaft, dem Alexander Matitsch. Alexander, eine kurze Spielreprise, du warst ja sehr emotional an der Linie, da wurdest du dann auch der Trainerbank verwiesen. Ein ganz kurzes Statement bitte dazu. Ich will mir zuerst entschuldigen bei Flo Patra, weil ich habe übertrieben reagiert, dass seine Pädagog kann nichts tun und mich noch einmal herzlich entschuldigen. Ich bin so, ich bin emotionell, ich liebe meinen Verein, ich habe gesehen eine Foul mit Elbung gegen meine Spieler, er war mit uns vier Jahre und habe ihm nichts überlegt und habe schneller reagiert. Ich will mich noch einmal entschuldigen bei allen und so tut ein Trainer nicht. Gratulation zu meiner Mannschaft, ich liebe meine Puschen und die SPG lebt weiter. Zufrieden mit dem einen Punkt? Ja, ich sage heute muss ich zufrieden sein, weil ich spiele gegen Lieder, aber normal, realistisch kann ich auch heute gewonnen. Dann sage ich vielen Dank, alles Gute weiterhin für die SPG Mölz-Silz und danke fürs Interview. Dankeschön, danke, alles Gute. Ja, das war's vom Innenstadion aus Mölz. Nächste Woche. Ja, das war's vom Innenstadion aus Mölz. Ja, das war's vom Innenstadion aus Mölz.